Musik 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 Ab und zu ganz am Anfang ist mir schon mal, wenn ich so durch die Straße gehe oder so, ein Ey oder irgendwie, no servas oder sowas rausgerutscht. Es ist ja schon, wenn man länger im Musiktheater arbeitet, man lernt dann auch zu trennen. Ich meine, ein bisschen färbt eine Figur immer ab, aber man lernt auch damit umzugehen, dass man jetzt nicht rausgeht und so den ganzen Tag so durch die Stadt läuft und sagt, na Bitsche, was wartet ihr alle von mir? Jetzt habe ich nah gesagt. Ich habe mir Videos angeschaut, Musikclips von ihm und habe eigentlich rumprobiert. So ein paar Gefühle in den Songs, so ein bisschen das schöne Brunner, so ein bisschen die Nase hoch und so. Von oben dann über solche Gefühle bin ich auch so ein bisschen in die Figur reingekommen und habe auch mit unserer Choreografin Kim Dadi, die ihn kannte, die auch mit ihm gearbeitet hat, und sie hat mir auch gesagt, guck mal da und so, hier den Arm und die Schulter ein bisschen und so. Ich mag beides, ich mag Klassik und Pop, also es sind beides perfekte Musiker gewesen und je mehr ich mich mit Falco beschäftige und auch viele Stücke mir anhöre, die nicht so bekannt wurden, muss ich sagen, super Stücke, toll, also auch vollkommen zeitgemäß und Mozart sowieso, Mozart ist super, mag ich total gerne. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017